ja und herzlich Willkommen zu ja so war der Gamer, der Michi klingt beleidigt Himmel Constructor ich bin nicht beleidigt ok, entweder ähm, wo, ich seh den Turm immer noch nicht ich seh aber auch nicht, äh, Alter, du blind Kind du bist ein behindertes Kind aber das macht man keine Witze ja, ja, stimmt alter, ich hab ja, 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 alter, was ich alter, ich hab mit dem Steinschwert aus dem Inventar geklaut äh, ich hab Flittenstil danke, es legt mich auf den Berg rauf statt dass er mich rumgeschleckt die Faktik na, na, na ja, ich bin der erste am Berg ja, ich bin hinter dir du gehst rechts, ist aus, ich links oh, ich bin auch links da, sage ich ganz aus dem Berg der Kraft zum Turm ich bin der erste oben ja, ich hab ne Waffe so, ich bin hier der erste in dem oberen Haft da ist noch ne Kiste da drin wie komm ich in dieses Haus zwei zwei Steinschwerter auf diesem Server sehen die Kisten aus wie Kisten stimmt, ich denke gerade an die HALF Kiste aber hier sind wir keine HALF Kisten haben sie denn keine Kisten im Haus bitte und wenn ich unten sehr gut äh, willst du ein Holzschwert? ja bitte wo bist du? hier hinter dir bitte, Alter, ich brauch ne Waffe ja, hier kommt zu uns ich hab noch was für dich ja, gut ich geh ganz nach Beschreibung ja, hier ist ein Gegner der hat ne Waffe wo seid ihr? äh, beim obersten Haus ja, okay ich komm entgegen ja, ich bist du noch wo bist du? oh, ganz oben am Berg uuuuuh ich werde gepasst ich werde gewaltt ich werde gewaltt alter, lass mich in Ruhe ah, da ist er ich sehe ich vom Fenster aus alter, perfekt soll ich kommen oder schafft kommt, der kommt, der kommt der ist hinter mir ja, ich schlage aber die ganze Zeit ist er tot nein, aber er hat schon so viele Hits abbekommen ich bin hinter euch ah, der rennt noch immer wer sitzt gerade in Gefahr? da wird hier, ich, ich, ich ah, ich habe ihn ich habe ihn sehr gut so, jetzt brauch ich mal Rüstung oh, jetzt hast du mich Christen Entschuldigung, Entschuldigung hat wer Rüstung? ja, ich ich Brustpanzer hier ist ein Schwert ja, ich brauch ein Schwert hier ist noch einander schwer, ich habe nämlich Stein oh, am Boot habe ich auch ja, es ist ja auch aber es braucht so, na, sieht schon gut aus ist richtig gut ich habe einen Bogen, haben wir Pfeiler? ja, kannst du mir die geben? ja, gern ich habe auch zwei Bögen eigentlich, wie gehen wir hier in die Höhle rein? äh, wo bist du? ja, ich schaffst schon wer hier traf ich schon wer komm, geh mal hier runter nein, geh mal in die Höhle, das ist gar keine versichtliche Idee okay, dann gehen wir in die Höhle na, wo gehen wir jetzt hin? Höhle! okay, warte, kommt er oh, ne, ne, ne Bautos hat eine bestimmungsschwankung in Gruppe ah, ja, okay ja, ich habe einen Flinten Stil funktioniert das hier überhaupt ja, es funktioniert das heißt, die brennt sogar ja, brennt das nicht na, dann, gehen wir, kommt mit hallo ja, ja oh, ich habe voll die geile Rüstung man, bist du da so unveränderisch? mag das nicht, hey, das ist eine Küste oh, fickt schon wer so, wenn da ist keiner war, alter ja, klar, war fickt schon wer, ah ah dort ist einer, der hat Steinschwert aber keine Rüstung ich habe auch einen Steinschwert doch, der hat Rüstung volle äh, wo bist du? ne, Attacke der hat Bogen wenn du jetzt schlecht bist, ich weiß, deine Bogen skills sind nicht die besten welche? ich gehe auf den los ja, ich auch komm, auch schnell ja, ich meine Bogen-Schlüsse sind wohl nicht die besten ich habe mir, ich habe mir die Steinschwert kann ich auch irgendwas davon abhaben? die Pfeiler äh, der hat, äh, ich habe sie gesammelt ich habe sie gesammelt ja hat wer, hat er einen? hey, ich will auch einen Bogen zu zweit mehr stärker hey, darf ich die Pfeiler Alter, wenn wir beide einen Bogen haben, ist das besser, okay? du musst nicht alles David, gib mir auch einen Bogen ich habe nur einen nämlich ja, aber er hat einen gedroppt boah, warum musst du auch immer einen Bogen haben? du bist auch nicht der beste Bogenschützer ja, aber es wäre doch irgendwie dumm wenn nur einer einen Bogen hätte, oder? naja, wenn jeder dann nur einen Pfeil hat wer hat denn eigentlich nicht bei oben? äh, nein, ich will eigentlich fünf Pfeile bekommen von dir, bitte äh, ich habe ihn dreimal abgeschossen ja, ich hatte gerade fünf Pfeile gegeben uh, hier sind gute Sachen drin gewesen fünf Pfeiler, bitte bleib mal stehen da hast du ein paar Pfeile haltet eure Fressen und bleibt stehen ne ne hier, das ist alles ich bin dir lauter Kisten ja, super David dann freunde dich mit den Kisten an zieh weg und breit mit denen durch und egal ich bin zwar für gewaltige Sie und kriegt zwei Kinder und nennen sie Christ Christoph und Kiste hey, das machen wir, Christoph äh, braucht wer noch ein Steinschwert von uns? äh, ne, ich habe eins äh, ne, ich habe eins ich gebe, er will kein äh, alter geht durch die Kiste gebt durch die Kiste LOL aber das ich will auch das brauchen wir alles nicht das brauchen wir alles nicht LOL äh, Goldrüstung äh, ich glaube da war schon ich habe das Gefühl es war da schon mal niemand du gehst auf eigene Gefahr weiter weg, wir sind da kommt volle Eisenrüstung volle Eisenrüstung ich habe doch selber gesagt ne, komm, Attacke wir sind zu dritt, Leute wo? ich gehe mit dem Bogen, du mit dem Pferd komm, Attacke er läuft weg und der hat Eisenrüstung die brauchen wir die teilen wir auf, ich nehme den Brustpanzer ne, den brauche ich nicht ich habe den Rest schon, komm ich brauch den Brustpanzer pack schon Brustpanzer mit Eisen also nein, das ist Ketten ja, also komm so asozial musst du auch nicht zahlen du hast doch auch einen Kettenbrustpanzer, oder? ich habe einen Lederbrustpanzer oh ja, dann kriegst du meinen Ketten dann oder umgekehrt weil, schau mal hier ist Zeug, hier ist Zeug oh, hey, ich guck, ich hab genug Pfeile jetzt auf jeden Fall hab ich 10 ja, da läuft das schon das können wir vergessen wir holen nicht mehr ja, doch, den holen wir noch ich hab noch Pfeile das sind lauter Kisten du sucht die Kisten nicht verfolgen er sind in die Höhle reingegangen ich hab noch Pfeile gefunden geil, ich hab 10 Stück hey, ich hab euch verloren geh in die Höhle dann links weiter dort gehen wir hoch ja, er geht zum Spawn, glaub ich ja, ich glaub, er geht zum Spawn er ist im Spawn vergiss nicht was zu essen ich hab voll zu essen hey, es bleibt mal stehen das können wir zu dem Vordermal auch sagen aber er macht's nicht Maro City er geht zum Spawn, glaub ich ja, super glaubst du ja, und beim Schiff ist einer beim Schiff, der ist rechts rechts von die rechts und die ja, ich hab' ich voll ja, Volltreffer Michi, komm, hilf mir wahrscheinlich, ich hab' keine Pfeile 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 ich hab' fünf Pfeile ja, dann kommt, Alter, wo sei mir ich bin über den Typen und schießen grad' die ganze Pfeile ich hab' keine Pfeile ich hab' keine Pfeile ich hab' keine Pfeile ich hab' keine Pfeile und du bist dort hinten ich hab' keine Pfeile wir sind bei den Typen wir sind bei den Typen ja, ich hab' sonst noch nicht gelandet das heißt, er sollte zumindest beschädigt sein du, er hat auch Pfeile und Bogen und Schuss scheiße er scheiße er schieße dich oh, das ist der David da vorne oh, ich hab' dann David da abgeschossen ja ich hab' glaube, ich hab' David da war ich hab' getroffen von dieser Distanz alter da ist ein Pfeil ja, ich merk's ich hole mir nein, ich hole mir ich hab' schon na du du bist so du glaub' ja, Vollgas alter ihr einfach mal was schämen alter hat das auch gehabt er hat zwei Eisen er hatte zwei Eisen er hatte drei Eisen ich hab' dir ich hab' zwei Sticks hat wer dir alter, wir könnten uns ewig viele Pfeile machen bitte das äh, ich will auch Rüstung haben ich hab' ich will auch Rüstung haben das bin dir ähm, eine Hose zum Beispiel eine andere wär' nicht schlecht ohne Lederhose ohne Lederhose ohne Lederhose eine geile Aufnahme was könnte ich denn damit geben damit nicht geht wenn du mein Eisenhelmen willst ja, bitte das wäre cool ja, ja, das wäre cool erst dann gebe ich euch äh, was braucht ihr äh, was braucht ihr ich hab' jetzt nur einen Einen Teil äh, wie viel Rüstung habt ihr vier und halb vier und halb ich hab' fünf ich hab' auch ich hab' ich hab' ja, auch fünf habt ihr auch genug Essen gehen wir an Crossfit ich hab' genug Essen ich auch mehr als genug äh hat das nix hat ihr gehen wir auch ja, fünf ich hab' zwei aber ich hab' nämlich ich hab' nämlich viermal ich hab' ich bin bei uns unendlich Pfeiler Pfeiler wir könnten uns unendlich wieder machen wir können beide gleich gut schießen ich hab' 25 Federn und ich hab' viermal Feuerstein, das heißt das wär' schon mal was äh, ja gehen wir mal weiter ohne am Schiff war schon wer ist unheimlich ist hier ein Krabbel nope da vorne ist keiner ich brauche dort 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 hier sind wir Weizen 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 können wir glaube ich nicht abbauen nein, auf dem so nicht aber das ist eine Kiste okay, Kraft und Tablet ist ein Kraft und Tablet ist ein Kraft und Tablet ist ein Kraft und Tablet aber ich weiß nur, dann hat Weizen man muss drauf springen auf die Felder nein, funktioniert auch nicht nein, wir haben es noch geschafft man muss die Fälle noch so zerstören ja, das funktioniert mir übrigens mit dem Smoothie Check-Check-Partner ich bin echt für uns fachs ich auch ich habe das unentige Zeug mal hier weg stört mich aber ohne aber brechen wir auf in Richtung spawn ja brechen wir auf Richtung spawn wenn die Kisten bei MCSG auch aufgefühlt ja, glaub schon werden sie alle aufgefühlt ja dann bleiben wir hier sind es auch viele Kisten nee, wir treiben sollen wir nicht wir uns spawnen ja, es ist so, sie haben spawnen aber zu dritt und mit feinem Bogen sollten wir schaffen wo ist es mit Steinschwert 0,0 außerdem kann ich mir ein ein Eisenschwert craften und noch ein Eisenschwert wir rennen in die falsche Richtung ja, wo ist es spawnen ungefähr? 0,0 ja, wo soll ich das wissen wo 0,0 ist? in diese Richtung ja, darüber stimmt über den Berg durch die Höhle ich glaube durch die Höhle geht schneller mein Messer geht es besser nein wer hat das angemacht? wer hat den Ebel gedrückt? wer? David man, wo? na da war eine Druckplatte ein Blödsinn, oder? sicher ja, es war eine Redstone chest du bist du bist so dumm wo soll ich das wissen? und du warst auch noch drauf ja, du bist also der dümmste eigentlich ja, warum die Aufnahme ist uns auf den Arsch und du bist so ich, ich filme es jetzt für David im Finale das ist eine geile Aufnahme ja das wird geil, 3,5 go David, das schaffst du äh, es ist schon geil ja, äh, am spawnen es wäre mit voller Eisenrüstung und Eisenschwert und so weiter David, du schaffst das schon ähm, da kommt ein zweiter mit voller Eisenrüstung und Eisenschwert und so weiter die begegnen sich gerade am spawnen oh und das spawnen bei den Koordinaten 160, 71 will ich nur sagen oh boah, sie töten sich auch noch cool, der geht mit Schaden ins Deathmatch ja, hier wir sind ca. 15 Sekunden ey, 10 also bei mir lauten die Chunks nicht na, der hat den auf in den Kissen vertreten ok, ok, ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt äh ok äh ich renne weg ich renne weg ich renne weg David, mach's nicht, lass die Aufnahme spannend Attacke nein, Eisenschwert komm ok, du kannst aber zwar hinter dir kommen er kommt, er kommt er kommt komm, renn, renn nichts gefunden äh boah, der hat Bogenskills bist du tippt immer wenn ich mich äh ok er hat Eisenschwert scheiße, ich bin tot ich bin tot ok, David, gehen eher an und mach selbstmord oh man, Sprint Leck ok, äh wir sind Sprint Leck ich will nicht mehr mein Kraft also dann, das war's mit der Aufnahme, die war ziemlich ok also dann, tschö